Hallo liebe Filmfreunde da draußen, mich gibt es mittlerweile auch auf Twitter, das heißt einmal unten auschecken, wenn ihr ja nichts auf Twitter verpassen wollt, da werde ich nämlich in letzter Zeit ein wenig aktiver und ja, wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, was Filme angeht, was natürlich auf dem Channel abgeht und ja, zu ganz ganz vielen anderen Kommentaren, die ich retweete von 20th Century Fox, von weiteren Concordo Filmverleih, wie auch immer, wenn ihr da auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann auf jeden Fall mal auf Twitter vorbeischauen, Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, wollte ich nur mal sagen, weil ich es bisher erinnere. Wie angekündigt habe, auf jeden Fall, mich gibt es jetzt auch auf Twitter. Bis dahin.